Mein Name ist Steven und herzlich willkommen zu Was geht ab Schoss? 2003 sind die USA das zweite Mal in den letzten 25 Jahren in den Irak eingezogen. Damals behauptete die amerikanische Regierung, dass der Irak unter der Führung Saddam Husseins im Besitz von Massenvernichtungswaffen sei. Mit dieser Begründung erklärte der damalige Präsident George Bush Jr. dem Irak den Krieg. Diktator Hussein wurde zwar gestürzt, aber das angebliche Waffendepot wurde nie gefunden. Die wahren Gründe für den amerikanischen Waffengang sind bis heute nicht hundertprozentig geklärt. Ende 2011 rücken die letzten amerikanischen Truppen aus dem Land ab. Seitdem herrschen im Irak bürgerkriegsähnliche Zustände. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den islamischen Glaubensgruppen der Sunniten und Schiiten. Ein Grund für die Spannungen sind die verschiedenen Machtverhältnisse. Sobald eine Glaubensgruppe den Regierungsführer stellt, fühlt sich die andere Gruppe unterdrückt. Als Mittel der Destabilisierung der jeweiligen Regierung werden vor allem Bombenanschläge oder Selbstmordattentate verübt. Fast täglich sind Meldungen über Anschläge in den Nachrichten präsent. Zum diesjährigen Fastenmonat Ramadan spitzte sich die Lage im Land weiter zu. Laut den Vereinten Nationen wurden in den letzten 30 Tagen mehr als 1000 Menschen getötet. So viele wie seit 5 Jahren nicht mehr. Davon starben mehr als die Hälfte in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Al Jazeera und Reuters zufolge sollen in verschiedenen Stadtteilen mindestens 8 Autobomben explodiert sein. Dabei waren vor allem schiitische Bezirke betroffen. Ziele der Anschläge waren vor allem Cafés, Märkte, Restaurants und ein Freizeitpark, wo sich zum Fastenbrechen am Samstag sehr viele Menschen aufhielten. Der Großteil der Anschläge, die in den letzten Wochen verübt wurden, wird den Sunniten zugeschrieben. Diese fühlen sich seit dem Machtwechsel von der schiitischen Mehrheit unterdrückt. Nach dem Sturz Saddam Husseins, der Sunnit war, haben nämlich die Schiiten das Sagen im Land. Momentan ist der Schiit Nouri al-Maliki Regierungschef. Die Vereinten Nationen zeigen sich besorgt über die blutigen Entwicklungen im Irak. Auch in der Bevölkerung wachsen die Ängste vor einem Bürgerkrieg. Das US-Außenministerium verurteilte die jüngsten Anschläge aufs Schärfste. Deren traurige Bilanz, viele Menschen, die das Ende des Fastenfestes feiern wollten, sind dabei ums Leben gekommen. Euch zu so einem Thema eine Frage zu stellen, lasse ich jetzt einfach mal sein. Falls ihr trotzdem eine Meinung habt, dann lasst sie uns einfach in den Kommentaren da. Wenn ihr unsere Berichterstattung gut findet, dann könnt ihr auch einen Daumen da lassen. Und da drüben gibt es zwei weitere Videos mit News aus der ganzen Welt. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, da drüben könnt ihr abonnieren. Und Tex Kadibur könnt ihr auch mal abchecken, da geht es um Nerd Stuff, Gaming und Filme. Und wenn ihr Bock habt, checkt einfach mal unsere Facebook-Seite aus oder folgt uns auf Twitter oder auf Instagram. Gut, ich denke, das war genug schlimme Sachen für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gut, ich denke, das war gut.